Hey Leute, willkommen zu weiteren Folge auf beim Kanal Leute und ja, heute geht es mal die Lösung zu der Aufgabe, Suche zwischen drei übergroßen Sitzen, könnte man so auf Deutsch übersetzen und zwar gibt es hier wieder einen Stern, den wir natürlich wieder wöchentlich einsammeln müssen und zwar wie wir schon sehen, handelt es sich hier um den Stern Richtung Flush Factory, ich habe euch hier schon mal die Stelle markiert, wo der Stern dann aufzufinden sein wird, es fliegen schon einige Mitspieler, dorthin, um sich den Stern dann holen zu können und ich glaube hier sollte dann der Stern sein, ja genau Leute, hier ist der Stern, wir müssen einfach nur E drücken und dann diesen Stern suchen, wie die ganzen anderen Mitspieler es auch tun, einfach hier den Stern dann einfach einsammeln, E suchen und dann sehen wir links oben wieder die Bestätigung, dass wir den Stern eingesammelt haben und ja, ich würde mal sagen, dann war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video, ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video wieder ein bisschen weiterhelfen konnte, dass ihr jetzt die Aufgabe schön easy schaffen könnt, und ja, zum Wünsche auf jeden Fall euch noch viel Spaß mit den weiteren Challenges und dann noch einen wunderschönen Tag, haut rein, cheerio, bye!